Neuigkeiten und Termine Mit Friedrich, dem Online-Service der Wohnbau Prenzlau, sind Sie stets bestens über Ihre Wohnung und Ihr Wohngebiet informiert. Melden Sie sich online unter www.friedrich-wohnt-online.de oder per App mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Kennwort an. Unter Start finden Sie alle aktuellen Informationen und Termine. Klicken Sie auf das entsprechende Bild, um die Nachricht zu lesen. Wenn Sie der App erlauben, Ihnen Mitteilungen zu senden, werden Sie informiert, sobald eine Neuigkeit vorliegt. Gehen Sie dafür in die Einstellungen der App und tippen Sie auf Meldungen. Bei einem Apple-Gerät müssen Sie die Mitteilungen innerhalb der Geräteeinstellungen aktivieren. Alle aktuellen Informationen und Termine finden Sie auch in der Web-Version des Online-Services unter www.friedrich-wohnt-online.de. Interessante Neuigkeiten zu Ihrer Wohnung und Ihrem Wohngebiet finden Sie auf der Startseite. Feste und Veranstaltungstermine sind unter dem Menüpunkt Termine farblich im Kalender hinterlegt. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Probieren Sie es aus und entdecken Sie mit Friedrich die Vorteile des Online-Services der Wohnbau Prenzlau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017